Tach und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quick-Tipp am Montag hier im Recording-Blog. Und ich weiß nicht, wie es dir beim Mischen ergeht, aber wenn ich so in die Endphase von einem Mix reinkomme und so die letzten 10% Hochglanzpolitur noch auf meinen Mix drauf haben möchte, dann arbeite ich viel mit Automation. Das heißt, ich automatisiere ganz viele Parameter in meinen Spuren, sei es in einzelnen Plug-Ins oder die Lautstärke-Fader oder vielleicht die Panoramas und so weiter und so fort. Was ich aber auch automatisiere, das sind die Busse, auf denen ich einzelne Spuren zusammenfasse. Falls du keine Ahnung hast, wovon ich gerade rede bei Bussen, dann kann ich dir hier oben gerne mal ein Video einblenden. Kannst du mal reinschauen und dich genau informieren, was damit gemeint ist. Jetzt nur so viel, ich fasse die Ausgänge von einzelnen Spuren zusammen auf einem einzelnen Fader, auf einem einzelnen Kanal und kann den dann nochmal separat bearbeiten und die Spuren, die ich da zusammenfasse, nochmal zusammen bearbeiten. Das ist der Kern der ganzen Sache. Das Blöde ist nur, dass Studio One für diese Busse keine Spur im Arrange-Fenster, hier im Arrangier-Fenster oben anlegt, wo man ja eigentlich die Automation bearbeiten würde. Deswegen zeige ich dir heute mal drei schnelle Wege, wie du es da hinkriegen kannst, dass der Bus auch in deinem Arrange-Fenster erscheint, damit du da deine Automationen reinschreiben kannst. Erster Weg ist, wir schauen mal hier in diesen Song rein, den ich hier gerade offen habe. Das ist mein Remix von dem Song Triggers. Wir haben ja jetzt gerade Ende Mai, Anfang Juni 2020, haben wir ja den großen Remix-Wettbewerb bei mir im Recording-Blog. Falls du nicht weißt, wovon ich gerade rede und dich dafür interessierst, wie du daran teilnehmen kannst, kann ich dir hier oben auch mal ein Video einblenden. Kannst du mal reinschauen und dich informieren, natürlich erst nach dem Ende dieses Videos. Jetzt nur so viel, der Song ist hier offen und ich habe hier diese beiden Gitarrenspuren. Die fasse ich jetzt einfach mal auf einem Bus zusammen. Da werden die dann zusammen weiter bearbeitet. Am schnellsten geht es, indem ich die Spuren einfach markiere, mit der rechten Maustaste draufklicke und dann Bus für ausgewählte Spuren oder ausgewählte Kanäle hinzufügen wähle. Und dann kommt hier auf der rechten Seite schon der Bus, der hier angelegt ist und den benennen wir einfach mal in Gitte Komplett. Da sind alle Gitarren drauf. Nur wie du jetzt schon sehen kannst, ist hier im Arrange-Fenster rein gar nichts passiert. Da ist keine Automationsspur. Das heißt, ich müsste jetzt noch separat eine erstellen. Der schnellste Weg ist, indem du einfach mit der rechten Maustaste hier auf den Lautstärke-Fader draufklickst und dann einfach in dem Menü, was dann aufgeht, hier auswählst, Lautstärke-Automation bearbeiten. Und wenn ich da draufklicke, siehst du, zack, ist dann hier im Arrange auch endlich diese Spur für diesen Bus entstanden. Das war Variante Nummer 1. Variante Nummer 2 geht fast noch schneller. Du klickst wieder im Kanal auf den Lautstärke-Fader. Da passiert erstmal nichts. Du hast aber immerhin hier, wie du hier oben links schon mal sehen kannst, diesen Parameter hier oben ausgewählt. Und wenn du jetzt auf die Taste Alt A drückst, also die Tastenkombination Alt A, dann erscheint, wupp, auch wieder im Arrange-Fenster für genau den letzten angeklickten Parameter eine Automationsspur. In diesem Fall für den Bus sehr praktisch, weil für den Bus wird dann separat eine Spur angelegt. Aber insgesamt ist Alt A sowieso eine geile Erfindung, weil immer der letzte Parameter, den du angeklickt hast, der wird dann automatisch sofort im Arrange-Fenster zur Automation freigegeben. Nehmen wir mal hier, was weiß ich hier bei den CLA-Vocals hier, was ich hier gerade drauf habe, in der Gesangsspur hier oben. Da möchte ich jetzt, sagen wir mal, den Pitch-Parameter hier aktivieren. Da muss ich einfach nur auf den Parameter draufklicken, drück Alt A. Und wie du dann hier sehen kannst, zack, hat er auch schon hier für die Spur das vorgesehen. Und wenn ich hier auf A drücke, dann müssen wir dann in den Zoom reingehen, dann siehst du es auch so. Dann siehst du hier, dass der Pitch hier auch direkt zur Automation freigegeben ist. Also Alt A auf jeden Fall merken, das ist ein wirklich ganz schneller Shortcut, den man benutzen kann, um mal schnell eine Automation zu machen für einen Parameter, den man bearbeiten möchte. Die dritte Variante ist die, die dafür sorgt, dass du das immer hast. Dass also immer für deine Busse, für deine VCA's, aber auch für deine Effektspuren, dass dafür immer ein Automationskanal angelegt wird. Das heißt, du gehst in die Einstellung, das machen wir mal, gehen hier in die Einstellung rein von Studio One. Und da kannst du dann hier im letzten Reiter auf den rechten, im letzten großen Reiter auf der rechten Seite erweitert klicken. Und dann der zweite Reiter heißt Automation. Da werden dann die Spezial-Events eingestellt, also auf Automation. Und da gibt es hier diesen Parameter, der heißt Automationsspuren für Kanäle automatisch erzeugen. Und der stellt sicher, wenn du da draufklickst und dann bitte nicht hier unten vergessen, auf Anwenden zu klicken. Wo sind wir hier? Da auf der rechten Seite Anwenden zu klicken. Wenn du das dann klickst, dann wird jedes Mal, wenn du jetzt einen neuen Bus erstellst, wird automatisch eine neue Spur angelegt. Machen wir mal, ich klicke mal hier eben kurz auf diese Spur drauf, erstelle einen neuen Bus und zack, ist hier unten diese Spur schon direkt angelegt worden. Und jetzt wird dauerhaft und immer, wenn du einen neuen Bus kreierst, einen VCA oder eine Effektspur generierst, dann wird auch hier im Arrangierfenster automatisch eine Automationsspur angelegt. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen und hilft dir auch im Mix-Alltag ein bisschen schneller voran zu kommen. Wenn es dir gefallen haben sollte, dann zeig es mir über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen haben sollte, dann drück schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste, mach's gut und Yassu!